Hallo, 21. April, wir dann die Dämme nachziehen, da kommt euer her. Jetzt geht es aber um etwas anderes. Ich habe das Gerät mit den Federn bekommen. Der Grund ist, dass da viele Steine ist. Und da drüben haben wir ein Prachtexemplar rausgeholt. Wo war er drin? Wenn ich meinen Schuh drauf stelle. So ein Brocken. Da sieht man die Spuren vom Zinken. Also diese Blattfedern, die gehen nach oben und die haben den Stein so richtig rausgekommen. Geiles Gerät. Super, tschüss. Super, tschüss. Super. Super, tschüss.